Unsere Welt wird immer komplexer, immer digitaler, schneller. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, scheint schwer. Insbesondere, wenn es um das Wichtigste geht. Unser lebenswertes Zuhause. Mein Name ist Viktoria Krastl. Als Familienunternehmen in der dritten Generation versorgen wir seit über 65 Jahren Gebäude mit Wasser, Wärme und Energie. Herzstück jedes von uns betreuten Gebäudes ist dessen energieeffiziente Heizungs- und Sanitärtechnik. Von hier machen wir Gebäude lebenswert. Hier setzen wir die Energiewende in die Tat um. Dabei ist Fortschritt für uns kein Trend, sondern unsere Leidenschaft. Gemeinsam als Team führen wir handwerkliche Traditionen in eine digitale, nachhaltige und sichere Zukunft. Von Generationen für Generationen. Mit uns fühlen Sie sich zu Hause. Gestern, heute und in der Zukunft. Endeffektor Wir sehen unsですね! Wir sehen uns票akat nach wie momenten. Untertitelung des ZDF, 2020